Hä? Alter, wo ist denn hier denn jetzt oben? Wenn die das mal mit dem Stepp da antworten, wenn die jetzt in den Desktop gucken oder so. Ja. Ich muss ja runter eigentlich, warte mal. Ich muss ja runter in die Garage. Wo geht's denn runter, Klaus? Weißt du das? Ei, keine Ahnung. Da fragst du doch den richtigen hier. Ich dachte ja, gäb's mal irgendwie so eine Treppe oder so, so eine Rolltreppe. Gab's das nicht mal hier? Dann ja jetzt mal wieder hier. Scheiße, aber die Ramme will ich eigentlich nicht runterlaufen. Jetzt sind wir hier in der Gartenabteilung. Oh, ja. Über 10 ganz normalen Klick und YouTube öffnet sich. Danke Olli. Über Handy schaut Klaus da über eine App oder über den normalen Browser? Achso, über die App. Über die App, okay. Über die App. Über Twitch-App. Da liegt der Fehler. Ach, in der App funktioniert das nicht? Das sollte ein Blödsinn dann. Ah, hier ist die Prattung. Glaub ich. Ja, Exit. Notausgang. Genau. Echt, da reint noch was auf Metall, oder? Der ist hinüber. Da kommt noch was. Der Quatsch. Wo ist der? Keine Ahnung. So. Wo ist dein Van? Keine Ahnung. Aha. Das ist ja wieder gut, ey. Da läuft doch was. Ich kenn mich doch in dem blöden Keller nicht aus. Ich hab den letzten schon gesucht. Wir müssen irgendwo bei C oder so. Hier, dieser Abschnitt C. Hä? Geht's da irgendwie da raus? Ah, da hinten bei Dirkingsweiber. Da seh ich doch in C. Da seh ich doch in C. Blitzen. Da, ein Skeff. Ah, da ist auch... Ah, ich hab den... Ich hab den Van schon gesehen. Oder? Ne. Bin tot? Ne. Okay. Da schlumpft hier oben. Ich brauch ja noch welche. Ich brauch noch welche. Da oben. Ah, hier ist der blöde Van. Ah, okay. Den hab ich... noch ein Stück weiter laufen müssen letztens. Da war ein Spieler. Jo. Bist du tot? Ne, ne. Wo war der Klaus? Da, wo es nach oben geht. Ja. Okay, einer ist schon unten. Ja. Ach, das finde ich, ne. Okay. Bist du hinterm Lkw, Klaus? Ja. Achso. Da ist noch eine Fehlfunktion. Ja. Achso. 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 Gibt es noch? Noch, ja. mein kopf ist blick ich bin tot scheiße scheiße klaus gestorben klaus 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 Bravый похорон! Mist, habe ich jetzt den blöden Bus schon markiert? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Olli Hayabusa. Er ist ein Hayabusa-Fan. Das schleppt irgendwie auf das Zeug. Das Licht ist ja mal richtig geschissen. Ich sehe gar nichts bei dem Licht. Oh, das ist ein Kuss. 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 Oh. 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 Ich hätte mal in das richtige Motorrad fahren sollen. Wird Zeit zu gehen. Oh. Kuss. Ich muss noch markieren eigentlich. Damit Klaus sein Tod... Oh Mann. Ich habe auch noch Klaus geschossen. Aber ich dachte, das war der eine, dass wir uns praktisch so aneinander vorbeigerannt sind. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Wie? Ja. So, noch die Beine und dann das eine Magazin noch voll machen und dann geht's ab. Dann kann ich das Grizzly auch rausschmeißen, dann verliere ich keine Max mehr. Das Grizzly hat seine Schuldigkeit getan. Äh, Quatsch. Das Grizzly hat seine Schuldigkeit getan. 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 Okay, Klaus. Das Grizzly hat seine Schuldigkeit getan. Das Grizzly hat seine Schuldigkeit getan. Das Grizzly hat seine Schuldigkeit getan. Was haben wir denn hier schön aus Level 12? Ich glaube, dass überhaupt der mit dem Klaus sich am Anfang beschossen hat. So, aber ich muss noch mal zu dem Äckern gehen. 37 Kilo, da ist ja jetzt nicht so schwer. Ja, genau. Wo war denn das? Wo bin ich denn? Ja, hinten. Ah, ja. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt habe ich einen Schiff mit mit einem Spaß gemacht. Ich bin jetzt hier mit dem Lingen. Es ist ja jetzt noch Enough. Ich bin mir mit mir zu viel Essen. Ich habe ein Schiff mit einem Schiff mit dem Schiff. Ich bin jetzt nah und habe ich wenigstuh. Ich bin mir das Schiff. Ich bin mir hier sauber. Ich bin mir das Schiff... Ich habe ein Schiff mit mir einfacher. Ich bin dir, wenn ich mir hier vor dasselbe. 42 kilo ich habe ja ich habe den mule mit aber es wird sechs so wo ist denn das jetzt mit dem blöden blauen zaun also wo liegt denn klaus eigentlich da muss ich mal sein zeug wegstecken muss klaus vorweg klaus das war das das klaus da liegt und was da spielen platz der blaue zaun das war glaube ich hinten beim idea oder so was ich hätte vielleicht durch den durchbruch durchlaufen müssen ich habe halt keine ahnung in diesem gottverdammten keller hier weil irgendwo kommst du dann nicht rüber zum idea da musst du durch diesen durchbruch und wo sind wir jetzt hier vorn das ist das ist doch nicht richtig und und da vorne ist das mit dem blauen zaun würde ich sagen würde ich sagen da muss man restieren in hause langzulaufen Ich habe es nicht so gut, aber ich habe es nicht so gut. hier muss das doch irgendwo sein ein Railway und dann müssen wir wieder ganz hinterlaufen so und die Krass haben wir schon mal sicher Safe Room war doch offen, ja aber irgendwie ging es da nicht raus für mich da stand irgendwas ich war ja drinnen, da ging das an aber es hat ja keinen Timer runtergezählt so 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 und da vorne läuft was mein da mich jetzt so 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 willst du mich verarschen, sag mal ja ist klar komm hau mir ab ja er nicht normal mal also nee hör auf eigentlich Bis zum nächsten Mal.